da möchte ich bauen genau und jetzt nehme ich mal die Rotorblätter ab schwupps schwupps die fallen automatisch ab logischerweise wenn man den inneren abmontiert so und jetzt bauen wir uns einen Schaufelraddampfer das heißt ich probiere mal jetzt aus Holz hier was rotierendes dran zu bauen geh weg na noch einen können wir leider nicht dran bauen das ist auch falsch warte mal jetzt muss man auch noch aufpassen wo man die hinbaut nee das geht nicht ich glaube das geht nicht das müssen wir so lassen jetzt kriege ich die nicht mehr symmetrisch dran gebaut ja nee guckt er baut sie an unterschiedliche Stellen ist natürlich blöd so warte mal nochmal so jetzt haben wir hier zwei Blöcke dran und da drei dann machen wir den weg nein ich sagte weg so warum der jetzt ein stumpfes Ende hat und der da vorne nicht das weiß ich nicht aber jetzt können wir die jetzt können wir symmetrisch sparen so sieht ein bisschen komisch aus aber ich probiere es mal aus wie das Ding jetzt reagiert wenn wir das Ding anschmeißen Mr. Flake baut merkwürdige Dinge ähm so wenn wir das Ding jetzt rotieren lassen da vorne dann passiert folgendes rotier mal wow okay 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 ich höre ja schon auch auf aber ich glaube es bewegt sich nicht es sorgt nur dafür dass wir ein furchtbares Drehmoment ich glaube es ist auch nicht ausgewuchtet stehe ich gerade fest es ist auch nicht ausgewuchtet um Gottes Willen ähm Moment ich will da nochmal dran bauen bitte das sieht auch komisch aus da dieser Klopster da mitten ich glaube dafür ist es nicht gedacht ich glaube dafür ist es nicht gedacht wir bauen wieder einen Rotor dran das hat besser funktioniert so pass auf ist ja gruselig gerade was war das denn hier komm flieg mal weg schwupps wo ist er? da schwupps so jetzt haben wir wieder unseren unseren normalen Rotorblock jetzt bauen wir da wieder hier diese Helikopterblades jetzt dran das war ja gerade gruselig ja also Schaufelraddampfer gibt die Physik Engine glaube ich nicht her aber das macht nichts ich sehe gerade gar nicht wo ich bin hier Freunde so ist jetzt richtig ja jetzt ist der Rotor wieder dran da sind ein paar Trümmer ich hoffe die machen mein Boot nicht kaputt wenn ich jetzt starte ja also Erkenntnisse aus dieser Folge man kann verschiedene Antriebssysteme nicht so ganz kombinieren vielleicht gibt es da auch einen Trick und den verrät mir einer von euch aber ich habe ihn noch nicht rausgefunden also wenn ich hier Düsen anbringe funktionieren die zum Beispiel nicht zusammen mit diesen Propellern so aber ja auf Wiedersehen unser Propellerboot funktioniert schon mal recht gut finde ich wenn wir es jetzt wieder angehalten kriegen so und es kann vorwärts fahren es kann seitwärts fahren das also schon mal ein Erfolgserlebnis Moment ich muss mal kurz lenken so man darf die die Links-Rechts-Lenkung auch nur so ein bisschen antippen das reagiert sofort ich hole jetzt die Möwe ein wow wow hier um die das Problem ist ich müsste es eigentlich auch andersrum anbringen weil im Moment ist die Lenkung verkehrt herum wenn ich links lenke fahre ich nach rechts und so weiter so aber das lassen wir einfach mal so das nenne ich mal das speichere ich natürlich das speichere ich natürlich und zwar ne so nicht das speichere ich als ach ja hier haben wir übrigens ein Flagboat das zeige ich euch auch gleich da habe ich noch mal mich an einem klassischen Boot versucht Flag äh Probeller so Flagprobeller so Loadvehicle das Flagboat da habe ich mich noch mal an dem klassischen Boot probiert wo ist das jetzt keine Ahnung wo das ist ähm ich habe es irgendwo hin gespawnt wo ich nicht weiß wo es ist dann spawne ich es noch mal Load einmal das Flagboat so da ist es klatsch ihr seht es ist etwas größer geworden es ist so eine Art kleines Schnellboot das möchte ich euch auch noch kurz zeigen und zwar ist das richtig schön wendig mit klassischem Bootsantrieb gehen wir mal vorwärts Schub hier ähm mit U war das das ist richtig schön wendig hui also für ein sagen wir mal für ein Boot für ein Schnellboot da könnte man schöne Kanonen drauf äh drauf montieren und dann angreifen Attacke so da fährt es in die Kurve ja aber das Ding ist trotzdem wendiger das Propellerboot ne also das könnte man schon mal bauen wenn es darum geht so ein Propellerboot wenn es darum geht was schönes wendiges zu bauen ramme ich das ne ich ramme das nicht nein ich ramme das nicht so halt mal an hier so das sind meine zwei Machbarkeitsstudien zum Thema Antrieb oh da könnte man noch eine dritte bauen komm dann machen wir noch eine dritte ähm und zwar möchte ich noch mal mit diesen Jet Engines arbeiten ich möchte mal ein ich möchte eigentlich mal ein Flugzeug bauen das habe ich ja das haben wir ja zumindest im äh in der Theorie gesehen keine Ahnung wo ich jetzt bin äh ich glaube ich bin irgendwo im Wasser ähm wir setzen mal hier ein neues Vehikel hin ne nicht so auch nicht so auch nicht so Gott verplant lässt grüßen ich muss mal hier ein bisschen an die Seite so hier setze ich ein neues Flugzeug hin jetzt habe ich das schon verraten was ich bauen will und zwar mit Constructables ein Vehikel so ein Vehikel wo ist bei dem Vehikel vorne ist die Frage witzig keine Ahnung ich baue es mal ja wir bauen es mal hier so und dann bauen wir es mal so wie gesagt ich habe vor ein Flugzeug zu bauen und zwar ein ganz kleines ich weiß nicht ob das klappt müssen natürlich hauptsächlich lang sein lang und schmal wie Flugzeuge nun mal so sind so und jetzt muss ich erstmal auf dieses Ding rauf ich würde gerne mal nämlich wieder ich würde meine Figur wieder sehen ich bin irgendwo im Wasser einmal nach oben bitte aha da sind wir so wo ist das da hinten ist das die Neukonstruktion kommt da will ich rauf klauz so jetzt sitzen wir da wo wir auch nachher fliegen wollen und jetzt brauchen wir nochmal den Baumodus jetzt machen wir das noch eins breiter glaube ich nee zwei noch zwei breiter noch so und so und noch ein bisschen länger komm so so und da wo ist denn vorne ach da ist jetzt vorne ok ich glaube immer da wo dieses Kreuz ist ist vorne ich glaube da ist vorne ist uns aber auch egal es müsste funktionieren so jetzt kommt für die Flügel ich habe ja gesagt ich will ein Flugzeug bauen eine Halterung warte mal eins zwei drei das machen wir auf der anderen Seite auch eins hoppala zwei drei frage mich ob wir sie höher machen wollen eins zwei drei ja ich glaube ein bisschen höher noch so das ist wirklich auch wieder mein erstes Flugzeug ich weiß nicht ob es hallo was war das denn eine Megawelle glaube es hackt ich weiß nicht ob das funktioniert ich probiere das jetzt wirklich alles Pi mal Daumen aus und zwar R die Jet Engine kommen hinten ran erstmal die Flügel also Wings aha ok die Wings wenn ich mal übersetzen darf rechts versorgen mich also mit Auftrieb proportional zur Geschwindigkeit also ja das übliche was man so man sich so unter Flügeln vorstellt je schneller man ist desto mehr Auftrieb hat man die müssten hier ran oder wie baue ich denn die so oder wie oder was ist richtig oder und jetzt hinten dran noch welche ich glaube ja ich glaube das sieht so aus wie bei dieser Konstruktion also bei dieser Fan Konstruktion ich bin mir wirklich so so jetzt müssten wir schon mal Auftrieb haben wenn wir Vortrieb hätten so das machen wir auf der anderen Seite auch jetzt muss ich mal kurz zählen wie viel wir haben eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun und dasselbe hier an an die Stelle kann ich die so bauen eins zwei drei vier fünf sechs jetzt habe ich jetzt bin ich verzählt super eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun oder ich weiß es nicht äh ich zähle nochmal eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun ich glaube hier muss noch einer hin so und hier auch noch einer zwei drei ach ich muss ja nur bis zum rand bauen so eins zwei drei vier sechs sieben acht neun ja so jetzt haben wir zwei Flügel was brauchen wir noch was sind Aelerons Controlled by a vehicle controller ach so das sind also quasi äh Kraftgeber und was tun die okay mit denen kann man also sich ah da steht es ja rollen 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 okay und wo bringt man die an nehmen wir mal an möglichst weit weg vom Schwerpunkt also hier an die Flügelspitzen oder was wenn man damit rollen kann ich würde mal sagen hier so 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 ja passt auch ne ja ich glaube ich glaube da sind sie da sind sie sinnvoll angebracht müssen hier natürlich auch welche ran eins zwei drei ich hoffe die Orientierung ist egal so wir haben jetzt also Steuermodule für äh fürs Rollen was haben wir da noch a tailplane mhm aha placed at the tail ja okay das klingt klingt sinnvoll okay wir brauchen also ein Hack wartet mal aber dafür brauche ich erstmal noch einen entsprechenden Hackaufbau hahaha äh hallo achso so ähm und so und so und boah ich mach einfach mal hier so ne so vielleicht ein bisschen lang so das ist das Hack und jetzt bauen wir da so ein so ein so ein so ein so ein so ein Dingsbums drauf ähm Schwerpunkt ist auch genau unter den was heißt genau ungefähr unter den Flügeln so und jetzt hier eher so ähm ne ja offenbar baut man sie so auf ah ja ist genau so wie ich mir gedacht habe okay oh Gott warte mal wir versuchen mal wir versuchen mal eine Finne zu bauen so total cool oder unser Flugzeug sieht das schön aus ähm jetzt bauen wir hier noch so kleine ich glaube die sind die wären total sinnlos hier kleine Flügel dran zu bauen aber ich möchte es wegen der Optik so so sieht doch viel cooler aus oder so wenn das mal kein Flugzeug ist dann weiß ich auch nicht ähm jetzt brauchen wir eigentlich nur noch die Jet Engines die kommen natürlich hier unten drunter ähm Räder okay wir könnten noch Räder bauen aber ich glaube Räder brauchen wir nicht Ballons ja genau wenn es mit der Jet Engine nicht fliegt baue ich Ballons dran wie viel wollen wir nehmen zwei uno jetzt habe ich da einen Block rausgerupft ich kriege die Krise ähm Woodblock ist übrigens ein Holzflugzeug ja wer da irgendwelche Probleme mit hat der soll schweigen so wartet mal Jet Engine so jetzt haben wir eine Jet Engine und die funktioniert aber noch nicht weil wir brauchen einen Vehicle Controller hat er mir ja bei den verschiedenen Bauteilen zur Genüge gesagt einen Vehicle Controller , hoppala ich sagte einen Vehicle Controller so ja und ich sehe gerade aha wir brauchen da offenbar noch andere Dinge wobei wir sind falsch eingestellt Moment wir müssen müssen uns auf Luftfahrzeug umstellen er so und jetzt auf jeden Fall noch einen Stuhl ne halt stell dich wieder auf er so auf jeden Fall brauchen wir noch einen Stuhl so damit ich nicht runterfalle so und da setze ich mich jetzt rein und äh sage schub nach vorne schub nach hinten und ja okay vielleicht brauchen wir doch wieder eine Engine eine Engine für Strom ich bin mir nicht sicher ich baue mal noch eine kleine Engine wieder ein meine eben hat es eigentlich auch nicht funktioniert oder egal äh ich bin Optimist eine Engine hoppala so äh und wirklich eine kleine diesmal das braucht ja keine mega oder ein bisschen größer so ähm ein Crankshaft bom 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 und ein äh da da wird das Ding so schwer finde ich ein Zylinder bom 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 und bom 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 und ne halt carburetoren bom 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 da kommt passt da auch noch einer hin ja bom wahrscheinlich viel zu stark für so eine Jet Engine bom 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 und Exhaust ne Supercharger Supercharger 1 2 3 4 und 1 2 3 4 und jetzt die Exhaust 1 2 3 4 und 1 2 3 4 es ist es wirkt jetzt etwas groß ne ähm so und jetzt noch Treibstoff wo bauen wir den ran hier hinten muss reichen so und so jetzt müssten wir alles haben jetzt müssten wir alles haben wenn ich jetzt Schub nach vorne gebe ah ah entweder ich pupse oder ich gebe Schub nach vorne ah ah ich wollte doch noch gar nicht abheben gibt er schon Schub ja es sieht komisch aus fliegen wir schon also Schub gibt er wartet aber irgendwie nur so 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 ganz wenig wie gebe ich denn Schub wie gebe ich wie lenke ich denn nach oben Freunde ja aber keine Ahnung Moment kann man das bitte anhalten anhalten ich glaube jetzt hat er angehalten ja ne er schubst immer noch er schubst immer noch ich glaube ich muss unsere Fly bauen hahaha okay die Dinger funktionieren halbwegs ich bin mir allerdings nicht ganz sicher ich glaube der Schwerpunkt muss weiter nach hinten Fragezeichen er weiß es nicht ich baue mal die Flügelgrößen was gibt es denn noch bei Air was passiert hier ich bin im Baumodus hör doch auf hör doch auf ich fliege ich fliege jetzt gibt der Schub nach unten ähm Moment mal ich baue mal noch zwei Fuel Storage Tanks ein also im Moment macht sich dieses Flugzeug mal so ein ganz klein bisschen selbstständig aber macht euch nichts draus macht euch nichts draus so haben die Gebrüder Ride auch angefangen ich fliege jetzt mal ein Looping hier huiuiuiui ähm so hier komm nicht stören lassen ich baue einfach weiter ich baue einfach weiter so Moment ich versuche es nochmal mit lenken ich habe zu wenig Steuer ich habe zu wenig Steuermethoden vielleicht brauche ich auch mehr von diesen so jetzt hier äh nach oben ne falsche Richtung nach oben up up and away ich habe irgendwie den Eindruck ich habe noch irgendwas vergessen wir haben definitiv Schub komm beweg dich vielleicht habe ich auch zu wenig ah jetzt was ist denn jetzt los ich glaube ich habe noch irgendwas zu wenig irgendwas habe ich noch zu wenig weil er er macht noch nicht wirklich das was ich gedacht habe was er machen sollte so ähm vielleicht noch mehr von diesen hoppala lass mich raus so vielleicht noch mehr von irgendwelchen Kontrollelementen er wir haben wir haben Ailerons tailplane pitch and jaw of an aircraft over the tailplane also das müsste es eigentlich sein also eigentlich hätte ich gedacht damit äh damit funktioniert das ich könnte natürlich hier hier noch welche dran bauen ich probiere das mal aus ich bin ja gerade total perplex ich glaube das ist totaler Mist was ich hier mache aber Freunde wir haben abgehoben auch wenn das äh total gruselig aussah wie wir abgehoben haben so und jetzt probiere ich es nochmal B und ich sag mal Schub nach vorne so jetzt hebt er ab oh ja oh ja oh ja oh ja ich hab's ich hab's unter Kontrolle ja das war's äh das war es es funktioniert es funktioniert oh Gott Hilfe ich fliege ich habe ein Flugzeug gebaut ich bin ein Mann ich habe ein Flugzeug gebaut ich muss mal in die Ich-Perspektive Hilfe wie komme ich in die Ich-Perspektive so so Freunde hui ja ich bin so begeistert Lenk ich hab ein Flugzeug gebaut ich versuche mal zu dem Ring zurückzufliegen so ah falsche Richtung falsche Richtung dreh dich es ist noch etwas träge die Steuerelemente sind noch etwas uncool angebracht uncool oh Gott nein das war falsch ahahaha okay ähm ist wie Gurbles Base Programm man äh wenn man mich fliegen lässt dann hat man selber Schuld wo ist der Ring da hinten oh äh träge ich glaube ich brauche mehr Steuerelemente ich versuche mal zu landen 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 heißt Moment landen heißt ähm ja ähm 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 ich schalte einfach den Motor aus so Segelflug Segelflug na eher Steinflug Stein Stein Schrägstrich Segelflug es hat funktioniert Freunde wir haben unseren ersten Flieger gebaut der müsste noch austariert werden ohne Ende ich gebe es zu aber er funktioniert unser erster Flieger also ich denke mal was man noch machen könnte wäre den Schwerpunkt optimieren äh diese Steuerelemente an sinnvollen Positionen unterbringen wo sie besser funktionieren und ja dann funktioniert das Ding cool 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 ein Flieger der wird natürlich sofort gespeichert Safe Vehicle und das ist das äh naja das ist natürlich das Flagplane ganz klar und wie gesagt wenn ihr selber Sachen gebaut habt die natürlich wahrscheinlich wesentlich besser funktionieren als hier äh meine Krüppel wo sind eigentlich meine Boote die müssten da hinten irgendwo sein äh meine Krüppelkonstruktionen dann schickt mir die dann probiere ich die aus was habe ich noch nicht ausprobiert das mache ich in der nächsten Folge äh äh und zwar ist das Segeln wenn ihr mal hier reinguckt zeigen kann ich es euch ja schon mal ähm wo war nochmal Segel da ne da Sail Mainblock und so weiter damit kann man angeblich Segeln das probiere ich auch hier Sail Attachment Sail Winch äh ich weiß nicht wie es funktioniert aber auch da werden wir uns ran mauscheln äh und was müssen wir auch noch machen wir müssen auch noch hier Custom Missiles und Custom Cannons wir müssen also noch Kanonen zusammenbasteln aus verschiedenen Bauteilen und mit der AI möchte ich auch spielen da kann man wohl auch sich eine AI zusammen äh vorwerken und gucken wie die funktioniert das sind alles Sachen die möchte ich unbedingt noch machen äh aber hier ist erstmal Aufnahmestopp euer begeisterter Mr. Fleck Tschüssi 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 Wir sehen uns beim nächsten Mal.